Ansonsten heute, er ist wieder wach. Es wird wieder losgehen. Es werden Videos geben. Hier ist Hundi und isst Nubi seinen Salat. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Nubi Video. Der Nubi, der ist in Winterruhe. Der hat sich da eingemauert in seiner kleinen Höhle. Wir haben derweil hier die Pflanzen weggenommen, weil die waren schon mittlerweile all. Wir machen jetzt mal eine kurze Untersuchung und schauen mal wie der Nubi den abgenommen hat. Ob wir den jetzt langsam aufhecken sollten oder ob wir den jetzt noch weiter schlafen lassen. Also quasi einfach mal so ein Zwischencheck. Weil bringt uns ja nichts, wenn nach drei Monaten, nach weiteren, sag ich jetzt mal zwei Monaten noch, der Kleine immer mehr abmagert und dann irgendwann auch stirbt und da nicht durchkommt. Das ist doof, das wollen wir nicht und deswegen machen wir jetzt so ein Zwischencheck. Einfach mal gucken, wie der Kleine so drauf ist. Ich halte jetzt auch nicht extrem krass in die Höhle rein, weil der liegt ja noch ein bisschen weiter hinten. Von daher, der kriegt das jetzt so nicht in die Augen, das Licht. Von daher ist alles gut. Gut, naja, dann schauen wir mal wie wir den jetzt am besten rauskriegen. Und dann geht's so weiter. Ja, der hat gerade sein Bein weggezogen. Also Nubi lebt noch, der hat gerade sein Bein weggezogen. Wir fanden es jetzt am besten mit dem Löffel irgendwie unter ihm dann zu greifen und ihn dann rauszuziehen. Also aufpassen mit dem Licht. Ich glaube, das ist nicht so gut, oder? Ich glaube, das ist nicht so gut, oder? Ich blende die Blende. Nubi, guck doch auf deine Augen. So, da ist er, der Nubi. Der ist noch ein bisschen starr, der muss noch wach werden. Ich habe jetzt auch das Licht ausgemacht, damit ich ihn jetzt nicht voll mit Licht da reinblende. Die Augen, also wenn die Quali jetzt ein bisschen schlechter ist, dann liegt es daran, dass er weniger beleuchtet ist. Ja, da ist er. Wir checken ihn jetzt nochmal aus, gucken uns den ein bisschen an. Und wenn alles gut ist, dann kann er noch weiterpennen. Ja, gut. So, da ist er. Jetzt checken wir mal die Ohren ab, ob da Parasiten drin sind oder Eier. Hallo. Wir gucken uns die anderen Ohren an. Also abgenommen hat er nicht. Ja gut, er macht sich auch platt, aber er sieht jetzt nicht aus, dass er abgenommen hat. Nee. Du kannst ihn ja mal ein bisschen drehen. Den Kleen. Genau nochmal in die Mundfelden reingucken. Ja, jetzt wird er aus. Am After, oder Kloake nennt man das ja. Hm, da ist nichts. In der Seite ist nichts, nein. Da hatte er ja damals schon die Parasiten reist. Das ist ganz gut. Der ist noch ziemlich steif. Ich kann es nicht biegen. Ich will ihm nicht wehtun. Okay. Okay. Gut, da müsste man ja sehen. Jetzt andere. Andere Seite. Okay, Ohr. Sieht auch gut aus. Schnudel, die Nasen. Die Nase ist frei. Ja. Die Augen sind klar. Nichts trüb. Sehr schön. Ja. Man bewegt sich mal nicht so hektisch. Mal ganz angenehm. Und irgendwie unter den Armen. So, an den Falten oder Achseln oder wie man da so sagt. Überall halt da, wo sich was festsetzen könnte. Da gucken wir mal. Ja, sieht gesund aus. Okay. Kannst du ihn mal nehmen? Ne, ne. Wir machen die Sache kurz. Wir hauen ihn jetzt wieder rüber. Ja, der kann jetzt noch ein bisschen schlafen. Aber mach den mal lieber in die andere Höhle. Warum? Weil ich ihn da nicht mehr rauskriege. Die andere ist wirklich besser. So, da wieder da rein. Ist ein gewohnter Platz. Ja, Leute. So ist das. Hush, hush. Das sieht ganz gut aus. Ne, er soll sich jetzt wieder verkriechen. Dann weiß ich nicht. Dann lassen wir ihn noch ein bisschen schlafen. Und jetzt werden wir dann so für einen Monat ungefähr. Oder anderthalb Monate. Da kann man mal anfangen, wieder das Licht einzuschalten. Und die Wärmelampe, um das er dann auch wieder wach wird. Okay. Wie gesagt, ansonsten noch kann man sagen, so eine Untersuchung oder so ein Zwischencheck ist schon wichtig. Weil ich habe halt auch schon ein bisschen gelesen im Internet. Und da stand halt auch drin, dass eben viele Tiere auch, ja eben zu abgemagert sind. Und die Leute, die lassen es dann eben, weil sie eben diese Schecks machen. Und dann ist es halt schwierig, dass sie halt wieder, ja, ins normale Leben finden, sag ich mal. Und dann halt auch verenden könnten. Aber der Nubi, der sieht noch ganz gut aus. Also, der hat sich jetzt natürlich ein bisschen platt gemacht. Na gut. Denn war es das. Fürs Erste. Nach wie. So, nicht, dass wir es noch vergessen. Wir haben ihn jetzt gerade noch mal kurz gewogen. Da liegt er wieder. Und ja, er hat ein bisschen abgenommen, aber jetzt nicht gravierend so. Von daher, ja, deshalb, also es ist noch alles im Regelfall, so würde ich jetzt mal sagen. Und ja, ich werde abgenommen, 2-3 Gramm oder so vielleicht. Ja, gut. So, ein wenig Zeit ist vergangen. Wir haben jetzt hier so um die 20 Grad müssten sein, genau. Und ich hatte jetzt immer nur hier die Deckenlampen jeweils eine Stunde angemacht. Jetzt habe ich aber schon angefangen, hier die Wärmelampe jeweils eine Stunde mit dazu anzumachen. Um, dass er sich erstmal so ein bisschen an die Lichtstärke gewöhnt. Und jetzt habe ich halt dazu noch ein bisschen Wärme angemacht. Ja, und jetzt mache ich das halt jeden Tag eine Stunde, circa, denke ich. Also wir haben hier mal ein bisschen variiert, so halbe Stunde, eine Stunde mit dem Licht. Jetzt würde ich aber mit der Wärmelampe so eine Stunde machen, dass wir ihn jetzt langsam wirklich aufwecken können. Und ja, dann mal schauen, wie lange es dauert, wann der kleine Fratz da aus seiner kleinen Höhle kommt. Ja, naja, ansonsten mal gucken, wann dann das nächste Update kommt. Also mein Plan ist jetzt, jeden Tag eine Stunde, nächste Woche jeden Tag anderthalb Stunden, nächste Woche jeden Tag zwei Stunden und immer so weiter. Bis man dann halt so langsam die volle Besonnungszeit bekommt. Vielleicht zum Schluss hin mache ich dann schon statt vier Stunden dann schon fünf Stunden. Also das ist dann schon auf zwei Stunden der Höhe. Ich denke mal, da muss er ja vielleicht eh schon wach sein. Mal gucken, wie er sich da so verhält. Ich kann jetzt noch nicht so viel sagen. Machen wir spontan, schauen wir mal. Also ich lese natürlich auch noch ein bisschen. Aber ja, steht halt kontinuierlich langsam halt die Besonnungszeit erhöhen. Ja, mal schauen, wie es dann ist, wenn man dann schon in der vierten Stunde ist. Oder ab der dritten Stunde, ob man dann immer noch vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden, sieben Stunden. Schauen wir mal. Ja, du hast eine Moorrübe. Sehr toll. Ja, Hundi hat eine Moorrübe. Hundi hat eine Moorrübe. Zeig dich doch mal. Da bist du. Okay, genug davon. Also, ja, gleich kommt ein Schnitt und dann seht ihr den späteren Verlauf. Hallo, Nubi. Na, wen haben wir denn da? Ja, Leute, wie ihr seht, ist es langsam soweit. Der Nubi ist aus seinem Schläfchen erwacht, aber auch mit ein bisschen Nachhilfung. Von daher, was hast du jetzt genau gemacht? Du hast jetzt einfach ihn nur mit einem Löffel rausgeholt. Nein, ich habe vor ihm den Sand ein bisschen weggebuddelt. Davon ist er wach geworden. Und dann habe ich ihn am Fuß so berührt. Und dann hat er die Augen aufgemacht. Dann habe ich eigentlich nichts mehr gemacht und irgendwann hat er dann seinen Kopf angehoben. Na, Mensch. Jetzt ist er paralysiert. Na, endlich ist er wach. Wie lange hat das jetzt gedauert? Seit wann waren wir kontinuierlich dran? Ich glaube, seit die letzte Woche im Januar oder so haben wir angefangen. Ja. Kann das sein. Muss ich nochmal von den Daten her vergleichen. Schreibe ich jetzt gleich noch eine Berichtigung, falls es zu berichtigen ist. Ansonsten, Leute. Er ist wieder wach. Es wird wieder losgehen. Es werden Videos geben. Und hier ist Hundi. Und isst Nubi seinen Salat. Leila, zeig dich mal in der Kamera. Zeig dich mal in die Kamera. Der Rest ist für dich. Da ist die Leila. Danke. Leute, mal so nebenbei, wenn ihr ein paar Leila-Videos haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Lasst es mir irgendwie zukommen. Und eventuell bastel ich da was zusammen. Wir haben ganz viel Material noch. So und der Kleine. Wie gesagt. Mal schauen, wie viel er noch isst. Es scheint so, dass er jetzt erstmal wieder bedient ist. Wie das jetzt noch alles aussieht. Und ja. Ob er jetzt wach bleibt oder ob er jetzt wieder schlafen geht. Das ist jetzt nochmal, das müssen wir jetzt nochmal schauen. Ja, wie schon zu erwarten, pennt Nubi wieder. Das heißt, er hatte irgendwie eine Attacke von wegen, er muss jetzt aufstehen. Er hat kurz Hunger. Jetzt pennt er wieder. Aber man sieht es in den Augen gehen so einen kleinen Schlitz auf. Schauen wir mal, was so die Tage passiert. Der Salat liegt hier angeknabbert. Er hat nicht viel gegessen. Wir schauen einfach mal, was noch passiert. So Leute. Wir haben den 23.02. Ich dachte mir, ich muss hier nochmal Licht anmachen. Aber gestern haben wir vergessen Licht anzumachen. Wir machen das immer noch händisch, ohne Zeitschaltuhr. Ist nicht angeschlossen. Und der Kleine ist wach. Aber es ist halt immer nur so ein Rumgedöse. Mal Penta und mal nicht. Der lässt sich ganz schön zeitig wach werden. Also wir haben hier so ein bisschen provisorisch ein bisschen Salat reingehauen. Um das er halt, wenn er Bock hat, sich was nehmen kann. Ich glaube, der würde jetzt auch nicht fressen. Das ist ihm hier ein bisschen zu stressig. Wahrscheinlich. Kann man testen. Komm. Nimm den Haps. Nimm keinen Haps. Er guckt nur doof. So von wegen. Was willst du denn hier? Ja. Der Kleine. Also Leute, ihr seht selber. Er ist zwar schon wach. Aber halt noch nicht so mobil. Ich hatte gerade überlegt gehabt, ob ich ihn vielleicht nochmal irgendwie aus der Höhle vertreibe. Mit dem Löffel der Löffel. Dass ich quasi so mit dem Löffel unter die Erde gehe und ihn dann so raus ziehe. Dann habe ich ihn da draußen. Rein theoretisch. Dann haue ich ihn einfach mal in die Sonne, dass er sich da so ein bisschen aufwärmt. Aber ich denke mir, nein, das ist gegen die Natur. Wenn er Bock hat raus zu kommen. Er kommt da selber raus. Ich will ihn da irgendwie nicht so stressen. Wir haben es natürlich einmal schon mal so gemacht. Und erst daraufhin wurde er ja wach. Deswegen bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich ihn jetzt selber noch wach werden lassen soll. Oder halt nicht. Es sagt man, solange er essen kommt, ist ja alles gut. So und wie das nun so ist, ist Nubi doch aus seiner Höhle gekrochen. Ich habe mir jetzt hier nochmal einen frischen Salat geholt. Und werde jetzt nochmal testen, ob er was mag oder nicht. Nubi. Nubi. Nubi ist gestresst. Hier hat mir mal jemand unter die Kommentare geschrieben, in die Batagame ihre Augen zu machen. Dann sind sie nicht entspannt, sondern halt auch gestresst. Das wurde mir gesagt in dem Part, wo ich ihnen sie auf den Kopf streichle. Es ist gut im Nachhinein sowas zu sehen oder gelesen zu haben. Weil Leute, nur so lernt man auch. Auch. Man muss kommen. Ja. Und jetzt weiß. Weiß. Weiß mir aber nicht in den Finger. Sehr gut. Der kleine ist so langsam abwacht. Ich freue mich. Das musst du aber auch mal abbeißen. Mal beiß ab. Ja. Gucken, ob er noch mehr isst. Wir lassen erstmal nochmal ein bisschen herunterschlucken. Weil doch schon ganz schön viel hat er gerade abgebissen. Die ganze Ecke fehlt. Fertig? Ne, noch nicht. Kleiner Dinosaurier. So. Ich bin gleich mal gerade eben genommen und hier mal ein bisschen in die Wärmelampe gemacht. Der ist noch voll kalt gewesen. Der muss sich jetzt erstmal aufwärmen. Wie man sieht, mag der das gerade echt gerne. Ich hätte ja gedacht, der rennt nochmal weg. Der hat Schiss oder so. Aber scheinbar mag er das. Ich habe mir das überlegt, vielleicht kann man ihm ja nochmal was zu trinken geben. Ich weiß, der nimmt seine Nahrung auch irgendwie über Salat und so ein oder Grillen. Aber ihr kennt ja meine Taktik mit dem Tropfen. Das ist mir jetzt wichtig, weil so weiß ich 100 Prozent, dass er was trinkt. Auch wenn es vielleicht ein bisschen doof ist oder ihr Reptilienmenschen da draußen sagt jetzt Bist du bescheuert? So was macht man doch nicht. Mit drei Schwindeln unter Salat oder Grillen und wie sein Trinken nimmt. Aber ich bin ein sehr fürsorglicher kleiner Anubi-Besitzer. Und möchte mein kleines Tierchen jetzt noch zu trinken bekommen. Und man sieht ja, er trinkt ja auch. Wenn er keinen Bock hat, dann würde er ja auch weggehen. Oder halt auch verweigern. Ist halt auch oft so, dass wenn er dann keinen Bock mehr hat, dann lässt er halt einfach. Dann trinkt er nicht mehr. Jetzt habe ich das Gefühl, es hat auch genug. Jetzt höre ich auch auf. Aber ich bin mir sicher, er hat jetzt was getrunken. Er hat Flüssigkeit zu sich genommen. Salat hat er auch schon gegessen, auch wenn es nicht so viel war. Jetzt wärmt er sich unter der Lampe. Und wenn er halt Bock hat, dann kann er sicher hier noch Salat wegnehmen. Ist ja jetzt nicht aus dem Terrarium draußen. Ja. So sieht es aus, kleiner Mann. Dann bist du wieder unter den Lebenden. Wie lange hat er jetzt gepennt? Seit Oktober, glaube ich, ne? November, Oktober. Nee, Quatsch. November, Dezember, Januar, Februar, vier Monate. War er jetzt ein bisschen ablesend. So, ich habe eben gerade noch mal ein bisschen das Terrarium eingesprüht. Einfach, um mir die Luftfeuchte noch mal ein bisschen hochzuhauen. Der Kleine noch mal ein paar Tropfen abbekommen. Ja, und jetzt kommt er sich wieder. Kann er wieder warm werden. So, hier ist der Nubi. Hier ist der Salat. Er hat gerade schon einmal Salat gegessen. Habe ich ihn erst mal essen lassen. Gucken, ob er jetzt noch was will. Wahrscheinlich nicht. Gut, was der Nubi nicht frisst, frisst der Hund. Leila, schmeckt's? Schmeckt's? Wie gesagt, ne Leute, wenn ihr Bock habt, Hundevideos, mach ich leider noch zum Star. Nein, mal gucken. Schreibt's einfach in die Kommentare, ob ihr Bock habt. Oder nicht. Ja, er isst. Er isst gleich. Oder? Naja, kein Bock mehr. Los, kleiner Mann. Ja, sein Hunger ist noch nicht so groß. Ey, da ist man das. Schnappertacke. Sein Hunger ist noch nicht so groß, leider. Aber, ich geh da jeden Tag ran und probier ihm halt ein bisschen was zu geben, dass er ein bisschen hoch fährt. Grillen soll man ihm noch nicht geben. Zum Anfang. Deshalb warte ich damit auch noch. Ja. Und, ja. Dann geht's bald los. Seine Höhle habe ich zugemacht. Ist dicht. Da kann er jetzt erstmal nicht mehr rein. Seine Höhle habe ich zugemacht. Ist dicht. Da kann er jetzt erstmal nicht mehr rein. Jut, er hat hier noch genug Möglichkeiten sich wieder zu verstecken. Kennt er ja das Becken. Oder Ferrarium. Wir müssen jetzt hier auch bald mal mit ihm zum Arzt dümpeln dann. Dann gibt's ein paar Untersuchungen. Und das Ding muss er auch nochmal komplett sauber gemacht werden. Also das sieht halt nicht mehr so doll aus. Aber das gibt's dann wahrscheinlich im extra Video. Also was heißt extra. Sondern im nächsten Video. Jut, Leute. Ich denke das soll's jetzt aber gewesen sein. Wir haben jetzt genug Material. Von dem Kleinen. Ist jetzt auch wieder wach. Die Leila, die hat. Guck mal. Die hat den Salat gewittert. Ne Leila, die hatte äh. Ihn auch schon mal kennenlernen dürfen. Habe ich aber nicht gefilmt. Weil er müsste sie halten. Aber. Naja. So, bist du fertig Hund? Machst du. Die will immer diesen Ast haben, ne. Weil das ist halt Holz, ne. Klar. Will sie halt haben und drauf rumkauen. Nubi hat die gar nicht so interessiert. So nimmst du. Äh. Sag mal. Was ist denn bei dir? So. Ich würde sagen. Wir verabschieden uns jetzt so stürmig. Und ich hoffe euch hat's gefallen. Und. Dann bis zum nächsten Nubi Video. Hat ja jetzt eine ganze Weile gedauert bis das Video rauskam. Es tut mir auch leid. Aber was soll ich machen. Ihn die ganze Zeit schlafen filmen. Macht ja keinen Sinn. Hihi.